Du verlierst die Quenge des Lebens, das darfst du nicht akzeptieren. Akustan ist hier, um dir zu helfen. Jede Katze und jeder Tropfen ist ein Schritt zur Besserung. Dein Gehör wird zurückkommen, du musst nur glauben. Das Summen verschwindet, der Klang wird klar. Mit Akustan wirst du die Details wahrnehmen. Es ist natürlich, es ist sicher. Du kannst vertrauen, deine Ohren werden geheilt, darauf kannst du bauen. Akustan ist da, um dich zu verwandeln. Perfektes Gehör, du musst nur anfangen. Sich um deine Ohren zu kümmern, ist essentiell. Mit Akustan wird dein Wohlbefinden komplett. Der Klang des Lebens wird zurückkehren. Mit Akustan musst du nur nehmen. Lass die Zeit nicht verstreichen. Komm und kümmere dich, Magnesium-Citrat wird dich regenerieren. Mit L-Arginin und Ginkgo-Biloba, Kapseln und Tropfen verwandeln dich. Das ist wirklich top. Das Gehirn genährt, alles wird fließen. Mit Akustan wirst du wieder lächeln. Ob am Anfang oder schon fortgeschritten, dein Gehirn wird es vollständig retten. Akustan ist da, um dich zu verwandeln. Perfektes Gehör, du musst nur anfangen. Sich um deine Ohren zu kümmern, ist essentiell. Mit Akustan wird dein Wohlbefinden komplett. Der Klang des Lebens wird zurückkehren. Mit Akustan musst du nur nehmen. Du wirst wieder den Klang der Vögel singen hören. Den Wind in den Bäumen. Die Welt wird dich verzaubern. Warte nicht länger. Die Chance ist jetzt. Mit Akustan blüht deine Gesundheit auf. Jetzt! Akustan ist da, um dich zu verwandeln. Perfektes Gehör, du musst nur anfangen. Sich um deine Ohren zu kümmern. Ist essentiell.